Ich möchte, dass alle Brühler-Schulen wunderbare, richtig gute Beachvolleybälle für ihren Sportunterricht bekommen. Deshalb spende ich alle meine Einnahmen kommenden Freitag, Samstag, Sonntag zum Kauf von Beachvolleybällen für die Brühler-Schulen. Bitte bucht, was das Zeug hält und an alle Bedenkenträger Flitzpiepen und Weicheier. Seht unbedingt zu, dass ihr die bescheuerte Genehmigung geteilt, damit diese wunderschöne Fläche im Herbst und im Winter nicht brach liegt und ungenutzt hier diese Wiese verschandet. Also unterstützen, aber auch buchen. Also bis dann. Ciao.